Man müsse nur den gesunde Menschenverstand brauchen, um Wahr von Unwahr zu unterscheiden – Richtig von Falsch. So argumentieren viele Leute, gerade jetzt in Zeiten von Fake News und Misstrauen in die Wissenschaft. Aber stimmt das wirklich? Das ist doch Common Sense, gehört man oft, wenn es um die Frage geht, ob man an einer Behauptung trauen kann. Aber stimmt das? Langet der gesunde Menschenverstand als Orientierungshilfe, als Entscheidungsgrundlage in dieser modernen Welt, in diesen komplizierten Zeiten? Die Antwort lautet Ja und Nein. Manchmal kann man sich getrost auf seinen gesunden Menschenverstand verlassen. Aber manchmal ist es auch ziemlich ungesund. Ein Beispiel. Letzte Woche hat der private amerikanische Wetterdienst AccuWeather verkündet, für Europa ständet für den kommenden Sommer heftige Hitzewellen und Dürreperioden bevor. Viele Medien haben diese Meldung übernahm und weiterverbreitet darunter auch zum Beispiel 20 Minuten. Erst ein paar Tage später haben sich dann Meteorologen und Klimatologen zu Wort gemeldet und diese Voraussage heftig kritisiert. Sie haben gesagt, so weit können wir gar nicht das Wetter prognostizieren. Dabei hätte doch eigentlich jeder selber können oder müssen merken, dass eine so weite Wetterprognose Unsinn ist. Wir überlegen sich einmal, wie das mit dem Wetterbericht für morgen ist. Das stimmt recht gut. Zwei, drei Tage stimmen auch noch. Bei vier, fünf Tagen wird es schon schwieriger. Und wenn es eine Woche oder zehn Tage raus prognostiziert werden soll, dann wird es immer ungenauer. Also, da braucht es kein Meteorologiestudium, um herauszufinden, dass so eine lange Wetterprognose Unsinn ist. Da hätte eben das Alltagswissen gelangt. Oder der gesunde Menschenverstand. Aber eben, manchmal leitet uns der gesunde Menschenverstand auch völlig fehl. Zum Beispiel, wenn es darum geht, um die Gefährlichkeit von gewissen Sachen zu beurteilen. Zum Beispiel Handystrahlen. Da gibt es gerade zwei Irrtümer. Erstens. Sind Kinder gegenüber diesen Strahlen empfindlicher? Kommen sie also schneller Hirnkrebs rüber, zum Beispiel? Genau das Gegenteil ist der Fall. Weil, auch wenn Kinder auf den ersten Blick empfindlicher erscheinen mögen, solche Strahlungen oder schädliche Einflüsse vertragen sie besser, weil ihre Selbstheilungskräfte aktiver sind, ihre zellulären Reparaturmechanismen noch besser als bei älteren Leuten. Was selbstverständlich überhaupt nicht heisst, dass wir Kinder vermehrt so schädlichen Einflüsse aussetzen sollen. Aber es erklärt, warum die meisten Krebsarten erst in fortgeschrittenerem Alter ausbrechen. Zweitens. Langfristige Exposition gegenüber dieser, an sich schädlichen Strahlung, das muss doch einen Effekt haben. Schliesslich sagt ja der gesunde Menschenverstand. Oder eben das Sprichwort steter Tropfen höhlt den Stein. Das stimmt. Wasser kann auch den härtesten Stein aushöhlen, wenn es immer darauf tropft. Aber bei vielen biologischen Prozessen gibt es eben einen sogenannten Schwellenwert. Und unterhalb von diesem Schwellenwert passiert gar nichts. Ein Beispiel. Wir schliessen ein Ei auf und geben es in eine Pfanne, die 40 Grad warm ist. Ihr könnt noch so lange warten, es gibt nie ein Spiegelei daraus. Weil eben das Ei gel, das gründ erst bei 65 Grad und das Ei weiss sogar erst bei 82,5 Grad. Ihr könnt also eine Woche oder zwei warten, es gibt nie ein Spiegelei daraus. Zweites Beispiel. Gehörschäden. Jedem ist klar, dass das laute Musiklose das Gehör schädigen kann. Aber niemand erleitet einen Gehörschaden. Und auch wenn er tagelang, wochenlang Musiklose, aber das nicht in einer allzu lauten Lautstärke tut. Will heissen, nicht jeder potenziell schädliche Einfluss hat einen Schaden zur Folge, solange er eben unter einem bestimmten Schwellenwert bleibt. In solchen und vielen anderen Fällen hilft also der gesunde Menschenverstand rein gar nichts. Tja, was hilft denn? Ihr wisst, was jetzt kommt. Es ist Physik, Naturgesetz, Science, Fakten. Und diese sollte man eben konsultieren, bevor man einfach aus dem Bauch heraus entscheidet. Fakten, die gibt's auf Higgs. Raumpherrater und dem Bauch herausbeißen. Untertitelung des ZDF, 2020